ein bisschen aber wo ich weiß nicht warum sie ihn geological camp haben sie den sonderröten reingekriegt das wäre mal richtig gut zu wissen die den gespawnt haben hier hinten vor alter von bringt er uns da hinten relativ wenig wenn man nicht ohne leichte kommt es nicht über den berg wenn sie bei geological hours gemacht ist genau die gleiche humbug wie immer ja ich weiß wir sind ja erst weil dies zu kämpfen ach so da rentt noch einer rum und da sind tanz anderer dann hole ich mir aber ist er geht auf meine kappe warum habe ich nur 1c4 dabei das verstehe ich nicht warum macht man sie viele nicht kaputt ja er hat mich gefunden ja und ich hab dich gefunden anscheinend ist noch einer also dass der scheiß drecksander war ohne weitere explosion kriege ich denn nicht aber anscheinend musste noch anders als hat er mich also ja 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 es macht eine kd ein bisschen besser schon wieder dahinten da hinten hingestellt hat respekt dafür dass du nachher gefahren hast aber auch behindert dass wir das da gemacht hingefahren hast wollen jetzt in den schien in ski kommt und meiner genau quer über die map keine markierenden das ist nicht mal markieren kann da ist ein eigenes laufwege sensor bitte ins der ist oben nachher kürzlich fliegen noch in die arme ja kann man nicht viel mehr machen hat man es bauen ändern allein ist es die base nicht zu nehmen könnte die einzigste besser man angreifen können wo man angreifen ein bisschen aber ich weiß nicht warum sie nicht vorhin gestellt haben ein bisschen weiter vorne zumindest ohne leichte kommst du hier nicht rum na super ich bin ja 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 gut ich finde die position von den sand ist total herrissig könnte mich besseres belehren aber ich finde es so ein bisschen hirnrissig dahinten die hinzustellen kommst du nicht rein du musst ja mit dem spawn vorbei was war das jetzt ist eine drüber gesprungen akzeptieren ja warum sollen die nicht drüber springen heute hier bei zivil nicht mehr man müsste wie gerne ist gar nicht dankeschön dass man einen reingewirkt hast heißt einfach cool wenn du die leute einfach truff zu sparen siehst räumen laufen tun 2.1 night Hahahaha Genau genommen will ich diesen Kampf gewinnen. Hm, sieh nach so, deswegen. Wie lange habe ich gelebt? 51 Sekunden habe ich jetzt mit diesem Leben verbracht. Das ist ja richtig viel. Die Tyranische Republik hat die Einrichtung erobert. Hm, habe ich beide mitgenommen? Oh, ja. Wie lange habe ich jetzt gelebt? 11 Sekunden genautes. Aber 2 Kills gemacht. Also das ist jetzt so ein guter Ausbeute. »Strike out« »Sichtkontakt zu leichter Angriffseinheit des Gegners.« »Lichtere Angriffseinheit des Gegners im Einsatzgebiet.« »Lichtere Feinlirasz ein Angesichtes.« »Leichtere Angriffseinheit des Gegners» »Strike out« »Strike out« was heißt denn das kann hatte gewonnen damit dann soll ich nicht glaube eher weniger kill es ist warum rückt auch Prozent höher ist klar Jungs ist gelangt was da steht Die Terranischen Republik hat die Einrichtung erobert. von hier hinten kriegen wir das ganz sicherlich nicht genommen also im lebt schon wieder dieser badock dass sie überrennen uns jetzt das ist gut jetzt stehen sie da hüben aber die es doch besser stehen das wird wieder so gut wie neu sein hm Oh, scheiße. Das war's, meine Freunde. 30 Minuten Spaß, aber nein, ich hab noch zwei Minuten. Ah, ah, ah. 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 Bis zum nächsten Mal.